hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge tradesfusion heute habe ich dabei die gummi hand und unsere seelische und moralische unterstützung fabren ja wir spielen wieder hier so kasten mit ding und ich glaube eine die vom spiel vor allem genau die vom spiel vorgeben ist feuer geben ein kleiner spoiler sind neue projekte in planung was für eine mensch okay das ging schnell ich weiß nicht ob wir bis diese folge überhaupt online ist ob dann schon das neue projekt gestartet ist oder ob das oder nicht ich weiß nicht je nachdem wie hier die eine person gleich noch lust hat oder ob ich der zweiten person noch kaufen tour je nachdem ob wir dann lust haben das noch mal zu spielen das weiß ich natürlich jetzt nicht das diskutieren wir nach dieser folge aus ich nicht oder ich 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 es ich 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 das ist doch Das ist mein Stichwort, wenn Timmy sich aufregt, muss ich die Folge auf jeden Fall gucken. Ich will dann immer den Healegrund wissen, warum er sich aufregt. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig, es wird gerade hier hinten wo schlimmer. Info vorab, es ist ein FMX-Trail. Was bedeutet? Bei einigen Stellen musst du wirklich Tricks machen, um voranzukommen. Es ist eine Mischung aus Skilltest und Freeride. Für die Damen und Herren, ich habe auch keine Ahnung was sie da spielen. Aber... Gut, ich auch nicht, sind wir schon mal zwei. FMX ist eigentlich eine Mischung aus Tricks macht und halt gucken wie der beste Weg ist. Nur, dass man hier nur geradeaus fahren kann und nicht lenken kann. Genau. Aber hier muss ich halt gucken wie du am besten fährst. Scheiße. Also ich stehe vom Ziel. Ich habe keine Ahnung wie weit ich jetzt noch fahren kann. Weil ich mal wieder das scheiße Ziel nicht sehe. Ich habe keine Ahnung wie weit ich bin. Gut, ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass du hinter mir bist und jetzt wieder vor mir bist. Weil ich mich wieder hingelegt habe und ich es gerade nicht mehr schaffe. Für dich sind doch die Aufnahmen bestimmt eher Comedy, wenn du dir die anschaust. Ja. Weil... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll oder lieber lasse. Erzähl einfach. Wir sind noch bei der ersten Map. Mal gucken. Ich habe mir die letzte Aufnahme angeguckt. Einige Sachen, die du da machst, da fährst du schlechter wie ein Anfänger in Realize. Ja. Ja. Was soll ich da machen? Ich habe ja auch keine Ahnung. Also... Und im Spiel ist es mir auch scheißegal, was ich tue. Ich drücke auf Backspace und dann stehe ich da wieder. Kannst du als Anfänger in der Natur nicht. Eben. Ja, du kannst auch auf Backspace drücken, ob es dir dann was bringt, ist die Frage. Das ist hierfür auch. Ah ja, Kopf unter Wasser, Crash. so weit bin ich noch gar nicht gekommen wie ich jetzt gerade bin weißt du das ist aber auch das unterschied zum wahren leben und zum spiel ich mache hier wie ich denke wie ich zu machen habe damals mir auch nicht erklärt wie ich zu machen habe mache ich einfach ich fahre schon so lange ich habe nur noch fachbegriffe im kopf du kannst nicht nach vorne und nach hinten lehnen sagen das heißt dann irgendwie das ist dein letztes problem die bewegung die du dadurch mit dem bike machst okay Oh, komm schon, ey. Schenke fest. Und man muss es ja auch so sehen, du kannst es so ein bisschen irgendwie ins echte Leben, ich sag jetzt mal, übernehmen. Ich nicht, ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Ich weiß, welche Tasten ich drücken muss. Fahr. Aber mehr auch nicht. Ach, Jimenae. Ja, okay. Ah, schon wieder dieser Stein. Was ist das denn hier? Ich muss den mit dem Hinterreifen ansitschen. Mit dem Hinterreifen ansitschen, um dann oben zu landen und dann ein Bunnyhop drüber. Ich bin doch rückwärts wieder runter. Oh, ich hätte es jetzt den einig. Äh? Hast du eine Palme im Weg? Ich sehe nichts. Nein, ich habe es noch voll geschafft. Oh, ich habe es denn jetzt nicht. Da hat er noch Knöpfe. Boah. Nein. Ja, ist klar. Ich muss den Schwung mitnehmen. Was ist das denn hier für eine Kurve? Nein, ich habe es noch gekannt. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ganz, ganz, ganz bremsen. Toll. Wieso scha... Wie schafft man es denn jetzt wieder aus dem Stand da auf diese Backsteinmauer nach dem Zelt da? Einfach voll Stoff geben und dann Bunnyhop. Wo? An der Kante. So, klar, dass mich das da jetzt aufs Maul legt. Ups. Jetzt bin ich fertig auf. Jetzt bin ich wieder zu doof. Ach, da ist das Ziel. Zeig das doch. Oh. Ich bin genau vorm Ziel gelandet. Ah, genau vorm Ziel. Ich habe das Ziel erreicht. Ihr Ziel befindet sich auf der linken Seite. Standst du vor allem auch direkt vorm Ziel? Oh, du zuerst. So bin ich auch vorhin da gelandet. Habe ich mir gedacht, okay, noch knapper ging ich. Ich habe maximal drei Fels bei dir. Okay, du hast den ersten erfüllt. Ich balanciere meine erste, ich habe gerade auf dem ersten Mal ein bisschen auf dem Vorderreifen balanciert. Ah, so schnell. fahr rein hier maximal drei felds hat doch funktioniert es ist bei mir hat das geklappt mit den maximal drei feld und bei dir so interessanter name rft treff 34443 das könnte nicht von mir sein habe ich auch gerade gedacht warum geht denn das jetzt hier nicht wie bist du denn jetzt weit geflogen im grunde genommen kommt jetzt darauf an wer sich traut mit weniger rückrollschwung loszufahren bist du auf dem strich gelandet also so gut wie auf dem strich was ist das denn hier schon wieder das sieht ja immerhin sich ein checkpoint das ist schon mal das war jetzt glaube ich so nicht gewollt was ist denn das hier danach hat das ist du hast für das eine folge zum lachen heike du kannst dir ja mal die folge anschauen die die heute herausgekommen ist um 12 uhr für alle die das video sehen es gibt schon eine erste folge hierzu nächste mal wenn du noch mal so redest du dich bei einer werbefirma an für das neue spiel color das trinkt ich will die map mit dem düsenantrieb noch mal spielen die habe ich nicht mehr wieso hast du denn die jetzt schon nicht mehr mit dem düsenantrieb habe ich glaube ich nicht mehr oder zumindest nicht hier drin ja ja aber jetzt generell wieso solltest du möglichst mehr mit dem Prozent 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 ab Soll ich ne Abstimmung machen? Mach! Erinnert mich gleich mal jemand dran. Dann werde ich dieses Video gleich direkt, nachdem wir es aufgenommen haben, schneiden und hochladen. Und dann werde ich halt ne Abstimmung direkt dort einfügen. Alter! Banihop mit Walvoid, Alter! Hat der Typ einmal in seinem Leben diese Map überhaupt vorher getestet? Das weiß ich nicht. Schaffst du es gerade da hinten einfach nicht oder wartest du? Ich schaff es einfach gerade nicht. Ich glaub, das musst du first try hier kriegen, sonst hast du verkackt. Gut, dann haben wir wohl verkackt. Ermutig mal. Aber ich häng immer noch an den ersten drei Kisten. Ich krieg doch Srayan, Alter. Echt? Oh, hör auf! Kann ich jetzt nicht in GTA sein, da ich einfach um die Kästen rumfahre? Nein. Das wär jetzt so einfach. Kann ja jeder. GTA habe ich ja ein neues Rennen mit Ruine erstellt letztens. Oi, kurz, was ist das denn für ne Map? Was tust du? Schaust du dir gerade die Folge an? Was? Nein! Nein! Ich bin voll im Ziel gescheitert. Lass uns warten, wenn ich da bin, einfach reinfahren. Ich häng immer noch an diesen Küsten. Ich bin da irgendwie grad zu blöd für. Hä? Guck, bist du grad bei der mit dem Speedboat? Ja, ja! Das Feuer am Arsch! Genau! Wenn ihr auch so eine Freude bei diesem Video haben wollt, schaut euch unbedingt die Folge an. Dann werde ich ihr genauso lachen. Sorry, das los ist es. Boah, Alter, das geht noch einmal so aufgeschwollen und ich meld dich wirklich an für ne Werbung. Man könnte meinen, du hast grad das neue Spiel cool auch vorgestellt. Warum strahlen wir die zuvor? Kann es sein, dass hier was stimmt? Ach guck, das kippt! Ich hab ja dringend. Ich hab das Gefühl, diese Folge dauert länger als die gestrige. Cut. Cut zwei Stunden raus, dann geht die Folge noch neune Stunden. Gestern, die Folge ging ja ungefähr, keine Ahnung, wie lang ging die. Äh, warte. Ja! Ich bin jetzt schon bei der zweiten Map. Ne, bei der dritten. Das ist die dritte Map, oder? Das ist die dritte. Und bei 21 Minuten. Und es gibt 8 Maps. Und dann guck, 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 guck. Ja, Vater, Mütze, Glatze. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Ah, Alter. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Ich muss das alles verachteln machen. Hast du einen auf der Arbeit, der ne Glatze hat? Ja. Hinten musst du meine Mütze an- und aufziehen und die ganze Zeit prüllen mit den Glatzen mitzuziehen. Ich sag nur, Vati, wenn du das Video siehst, dann probier das mal. Warte, dass wir bei, äh... Das war bei Adams. Ich muss das Video gucken. Verschieb das Gucken auch später. Hab' ich gar nichts mehr gepackt hier. Okay, ich fang nicht an. Ich fang dich an damit, was Dennis nicht hören möchte. Ach, machen wir das selber wie gestern, so um die Zeit der Folgenlänge. Wenn euch das Video doch gefällt, meine komischen Versuche hier und dieses blöde Geschwafel, was wir hier tun, dann könnt ihr gerne diese... Ich kann mich grad selber nicht ernst nehmen. Boah ey, du warst so eine Scheiße ab und zu kippen. Ich sag's einfach nochmal ganz... Ich sag's einfach nochmal ganz... Ich sag's einfach nochmal ganz... Lasse hab ich ne Duftkerze. Also wenn das jetzt das Video gefallen... Heike, fang jetzt hörst du auch noch damit an. Sonst melde ich euch beide bei einer Werbungskirma an. Ich bin für Putzenmittel und Heike für Dissus. Und du dann für... Na, Unterhosen, okay. So. Also... Ich kann eigentlich... Ich hab... Ja, ich weiß... Ich weiß nicht, sonst würde grad ein Motorrad bitten. Boah, komm jetzt mal aufhören. Ja, irgendwann ist eh Schluss. Und damit sind wir am Ende. Und damit sind wir bei den 22 Uhr Nachrichten. Ach nee, was? Das ist manchmal ein Aids grad gewesen. Ich hab's geschafft. Ich bin zuerst... Ich bin zuerst mal beim... Zweiten Checkpoint. Wow. Ich bin zuerst mal auf der Zeit. Ich bin zuerst mal auf der Zeit. Ich leg mich hin. Ich hab keine Lust mehr. Leckst du schon? Au. Parré. Parré. Finger weg. Du bohrst diese Klippini. Du bohrst diese Klippini. Sie hören das Klippse von mir. Dennis Brubbles! So, weil die Deutschen gewonnen haben. die man haben ja schon mal gespielt du wolltest es nur noch mal für die aufnahme haben gibt es doch zu ich bin zuerst im ziel was das für eine werbung ist weil das ist schlecht werbung ein rasenmäher schön mein rasenmäher nicht in mein holz sondern ich habe meinen rasenmäher genau oder wie würde frederich jetzt sagen gewonnen gewonnen kannst du aufhören dein lecker zu vögeln sieht aber aus als bisschen der leckerste bödel bödel da sehen sie eigentlich das ist so viel information für nur zuhörer ich glaube wir brauchen einen neuen dennis der alter ist wieder kaputt wir haben schon einen neuen aber der kommt hier nicht auf den test dennis du darfst du nur 80 fahren nicht schneller wir dürfen hier gar nicht fahren wir sind noch nicht so alt was ist das animation explosion da ist das loch ja das muss gefüllt werden ähm da ist noch ein loch nein was ist das denn hier es tut mir leid aber für diesen spruch wo sich eine sache abspüren das das der wird es einfach das ist der mal Hustanfall beim Futsen das was macht man wenn Epilepchi eine Badebaresanfall kriegt nicht schon was schwindel dazu werfen krieg sagt auch einmal dass ich schlimme Kurven machte Amsterdam Animation noch stopfen ja ja also wir sind gut in der zeit ja die folge ist genauso lang für die gestern obwohl wir am anfang so üblich lange baut haben aber wie bei der furz mit haben wir auch ein bisschen länger gebraucht nein aber hat er mit einem problem otto youtube ist die gummi schuhe hat ein trak so anhalt okay was haben wir gelernt wir müssen unmotiviert youtube videos machen 3 2 weiter arbeit der knopf verprägt alle habe ich ihre mädchen heute einmal wir empfehlen es die jahre jahre nach unten in die bagger steine in die bagger steine bagger dich an das heißt ein auto so dass es nicht fährt ich komme was ist los und ich bin wüschter was für eigenwerbung ich kann es ja raus bieten habe ich was verpasst so und das war es das war es damit für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen macht das was heike gesagt genau damit bis zur nächsten folge tschüss